Ich bin Yves Ringenass und ich bin Mitglied von Magina X schon seit 2010, also wir haben es damals gegründet. Da bin ich für die Dramaturgie und die Performance vornehmlich zuständig. Games und Theater ist eine sehr heilvolle Allianz, wie ich finde. Also wenn man immer zwei verschiedene Medien miteinander kombiniert, macht man die Erfahrung, dass man über das Begreifen von einem einen neuen Zugang zum anderen entdeckt und ich glaube bei der Kombination von Computerspielen und Theater ist das extrem der Fall. Also wir kreieren Erfahrungswelten, die man so im Theater nicht vorfindet und wahrscheinlich auch im Spiel nicht oder beim Computerspiel, weil halt diese Live-Situation noch mal wahnsinnig viel herstellt. Deswegen, was das soll? Das kann einiges. Also neben dem Säulen kann es erstmal wahnsinnig viel. Ich wünsche mir, dass es an möglichst vielen Stellen auftaucht. Also an allen Institutionen, die wir bisher gekannt haben als klassische Kunstinstitutionen, würde ich mir das Spiel extrem wünschen, weil es nochmal ganz andere Zugänge schafft, auch ganz andere Leute mit anlocken kann und wie ich vorhin gesagt habe, weil das Begreifen darüber, was da eigentlich stattfindet, im Modus des Spiels noch mal gänzlich neu begriffen werden kann. Deswegen würde ich mir wünschen, dass es überall mit auftaucht.